Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Captain Sona aus dem Pegasus Verlag. Ein Spiel für 4-8 Spieler ab 10 Jahren mit einer Dauer von 20-45 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spiele Schachtel einen Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Captain Sona. In der Spiele Schachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine Anleitung. Dann gibt es hier verschiedene Pläne für die verschiedenen Spieler und auch verschiedene Szenarienpläne, auf denen man spielen kann. Und hier hat man noch zwei recht große Sichtschirme, um die beiden Teams voneinander abzutrennen. Hier noch ein paar durchsichtige Folien, auf denen man malen kann. Und grundsätzlich malt man hier mit diesen Folienstiften, die auch wieder abwaschbar sind. Mit denen kann man hier auf diesen ganzen Plänen eben zeichnen. Ja, das ist er, der komplette Inhalt dieser Spiele Schachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Captain Sona ist ein Spiel für mindestens 4 Spieler, besser 8 Spieler. Bei 4 Spielern ist es so, dass immer 2 Spieler im Team spielen, die sich gegenüber sitzen. Und bei 2 Spielern ist es halt so, dass ein Spieler 3 Bereiche des U-Boot übernehmen muss. Und der andere Spieler übernimmt nur die Funktion des Funkers. Und umso mehr Spieler man eben hat, umso mehr kann man diese Bootsbereiche aufteilen. Und natürlich ist es super cool, wenn man 8 Leute hat. Weil dann hat wirklich jede Person einen Aufgabenbereich, den er übernehmen kann. Um die beiden Teams voneinander zu trennen, gibt es hier diese riesengroßen Sichtschirme, die man eben zwischen die Parteien stellen kann. Das sind zweimal solche Riesendinger, die man eben zwischen die beiden Parteien dann stellt. Die lasse ich natürlich jetzt weg. Und damit kann man eben die beiden Spielparteien voneinander abtrennen. Ja, und jetzt gibt es hier verschiedene Tableaus, mit denen man arbeiten kann. Zum einen gibt es Tableaus für die verschiedenen Bereiche des U-Boots. Hier gibt es einmal einen Maschinisten. Das kriegt einen Spieler. Dann gibt es einmal hier den ersten Offizier. Auch das bekommt einen Spieler. Dann gibt es das Tableau für den Käpt'n. Und das gleiche Tableau dann für den Funker. Das sind die Sachen, die ein Team erhält. Zusätzlich kriegt jeder einen Folienstift und der Funker noch diese durchsichtige Folie, die er dann über seinen Plan des Funkers drüberlegt. Das ist also das, was jedes Team bekommt. Also jedes Team hat einmal den ersten Offizier, den Käpt'n, den Maschinenraum und den Funker. Und jetzt gibt es noch zwei Seiten von diesem Szenario. Denn da gibt es auch mehrere Szenarien, die hier noch dabei sind. Und das macht das Ganze natürlich noch viel interessanter. Denn in späteren Runden kann man dann auch mal Szenarien spielen, die einfach weniger Inseln beinhalten und die einfach dann noch kritischer zu spielen sind. Also hier gibt es dann verschiedene Szenarien, die in der Anleitung auch erklärt werden. Wir spielen auch mit dem Grundszenario. Und was es hier eben noch gibt, ist es, es gibt eine Seite für die Echtzeitvariante und die andere Seite ist für die Runden-basierte Variante. Am Anfang wird empfohlen, mal die Runden-basierte zu spielen. Die ist nicht ganz so hektisch wie die Echtzeitvariante. Aber richtig Laune kommt echt erst in der Echtzeitvariante auf. Aber spielt trotzdem erstmal die normale, radiert, bevor es losgeht, wieder alles runter. Das könnt ihr hier mit diesem Schwamm machen, der hier dran ist. Oder ihr holt euch einfach mal ein feuchtes Tuch und wischt das hier alles wieder sauber. Ja, wenn jetzt jedes Team ihre vier Tableaus vor sich liegen hat, natürlich muss jedes Team auch mit dem gleichen Seekartenmaterial spielen. Also wir spielen jetzt Alpha, so bräuchte auch das gegnerische Team natürlich Alpha, mit dem sie spielen. Wir spielen mit der Runden-basierten Variante. Ich drehe das mal hier um. Da sieht man schon, da sind es nur vier Sektoren. Bei der Echtzeitvariante sind es neun Sektoren. Wir spielen mal mit der Vier-Sektoren-Variante. Wobei richtig spielen kann ich es sowieso nicht. Ich kann es euch nur erklären, wie es funktioniert. Und das mache ich anhand eines Sets. Das zweite lasse ich eben weg vom anderen Team. Und nur anhand dieses einen Sets werde ich euch jetzt erklären, wie das Spiel funktioniert. Aber vorher lese ich euch noch die Spielidee vor. Unter Wasser hört euch niemand schreien. Das Jahr 2048. Ein Handelskrieg tobt. Seltene Erden sind zum Schlüsselrohstoff neuester Technologien geworden und treiben die Wirtschaft rund um den Globus an. Großkonzerne schicken bewaffnete U-Boote auf die Suche nach den begehrten Elementen. Unter der friedlichen Wasseroberfläche tobt ein lautloser Krieg, ausgefochten mit neuerster, aber instabiler Technologie. Ihr seid Teil einer Mannschaft von Elite-Offizieren und steuert ein hochmodernes U-Boot. Um den Feind zu schlagen, müsst ihr eng zusammenarbeiten. Denn nur das Team, das am besten kommuniziert und zusammenspielt, wird überleben. Das ganze Szenario klingt jetzt sehr gewalttätig, ist aber im Endeffekt ja nur abstrakt und nichts anderes wie ein groß aufgebohrtes Schiffe versenken. Denn genau darum geht es. Man muss einfach das gegnerische Team mit ihrem U-Boot versenken. Und das ist hier bei Captain Sona sehr, sehr genial gemacht. Das ist mal eine ganz neue Spielidee. Finde ich super lustig und super genial. Und ich werde euch einfach mal erklären, wie es grundsätzlich alles funktioniert. Und zwar in der rundenbasierten Variante. Der Unterschied zur Echtzeitvariante ist aber wirklich nur, dass man hier in Ruhe ein bisschen arbeiten kann. Und in der Echtzeitvariante einfach Stück am Stück gearbeitet wird. Und das macht das Ganze aber auch erheblich spannender und extrem taktisch. Ich drehe noch kurz die Bögen auch der anderen beiden hier auf die Variante der rundenbasierten Version. Das ist immer, wenn es hier hinten hell drauf ist. Also immer hell ist die runden Variante, dunkel ist die Echtzeitvariante. Ich drehe mal alles auf die helle Seite und somit ist das jetzt vorbereitet. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass jeder Spieler eine Funktion übernimmt. Und wir fangen natürlich mal an mit der Funktion des Käptens. Der Käpt'n ist das hier und der überwacht die ganze Fahrt des U-Boots. Das heißt, der Käpt'n gibt als erstes immer vor, in welche Richtung sich das U-Boot fortbewegen soll. Am Anfang des Spiels markiert der Käpt'n irgendwo auf seinem Plan einen beliebigen Ort, der natürlich nicht auf einer Insel liegt, sondern eins von diesen weißen Pünktchen, markiert er als seinen Startpunkt. Das heißt, hier fährt das U-Boot los. Das darf nur das Team selber wissen, natürlich nicht der Gegner, denn der Gegner muss das feindliche Team ja suchen. Also, der Käpt'n hat als Aufgabe immer zu sagen, bei der rundenbasierten Version ebenso wie bei der Echtzeitvariante, in welche Richtung er fährt. Dazu hat man hier unten schön einen Kompass drauf. Und jetzt kann der Käpt'n eben sagen, okay, wir fahren nach Norden. So, jetzt ist die Aufgabe des Käpt'ns, das zu markieren, wo man hinfährt mit einem Strich. Und gleichzeitig ist es jetzt die Aufgabe des gegnerischen Funkers, zuzuhören, was der Käpt'n des anderen Teams gesagt hat und das auf dieser durchsichtigen Folie markieren. Er weiß ja nicht, wo der Käpt'n losgefahren ist. Er hat jetzt nur gehört, der Käpt'n ist nach Norden gefahren. Und jetzt malt er einfach mal, okay, einen Strich nach Norden. Irgendwo mittig auf diesen Plan ein. Denn er kann jetzt diesen Plan verschieben. Und umso weiter der Käpt'n fährt und umso mehr der Funker mitzeichnet, umso mehr kann er schauen, wo passt denn das, was ich jetzt hier alles zeichne, überhaupt rein dank dieser ganzen Inseln. Wo kann denn der Käpt'n auf keinen Fall langgefahren sein, weil er dann eine Insel gerammt hätte? Also der Job des gegnerischen Funkers ist es nur zuzuhören, wo der Käpt'n des anderen U-Boots gerade hingefahren ist. So, jetzt hat der Käpt'n angesagt, wo er hinfährt. Und jetzt sind die anderen beiden Bereiche dran. Sollte der Käpt'n einmal nirgendwo mehr hinfahren können, denn er darf nicht seine eigene Linie schneiden, er darf nur waagerecht und senkrecht fahren, nicht diagonal. Und sollte es einfach irgendwann nicht mehr gehen, nicht mehr draufpassen aufs Tableau, oder sollte das Schiff so kaputt sein, dass man fast nichts mehr machen kann, dann hat der Käpt'n noch die Möglichkeit, einen Aufstieg zu befehlen. Er ruft dann einfach aufsteigen. Damit steigt das U-Boot an die Oberfläche. Und da passieren jetzt, je nach Version, die man spielt, verschiedene Dinge. In der rundenbasierten Variante haben die Gegner dann drei Schritte hintereinander, dürfen dreimal hintereinander ziehen. Und in der Echtzeitvariante müssen die Spieler ein kleines Gemälde hier unten anfertigen. Erkläre ich euch gleich, was das bedeutet. Und wenn ich auftauche, ist auch die einzige Möglichkeit, das komplette Schiff hier zu reparieren. Unser Schiff ist sehr, sehr instabil. Da geht sehr, sehr oft was kaputt. Und dann kann ich viele Optionen nicht nutzen, wenn es kaputt ist. Deswegen, wenn ich das Schiff auftauchen lasse, dann wird das komplette Schiff auch sofort repariert. Ja, wie funktioniert das Reparieren in der Echtzeitvariante? Da ist es nicht so, dass der andere Spieler natürlich drei Schritte mehr hat, sondern hier läuft ja alles in Echtzeit. Da gibt es keine Schritte. Deswegen müssen die Spieler dieses Teams jetzt das Boot reparieren. Und dazu muss jeder Spieler, der mitspielt, umso mehr Spieler sind, umso lustiger ist das Ganze natürlich. Ansonsten macht das meiste der Käpt'n. Hier die Umrisse um die Bereiche mit dem Stift nachmalen und die Initialen reinschreiben, wie er es war. Das heißt, wenn der Käpt'n sagt, wir tauchen auf, dann wird sofort die Reparatur eingeleitet und der Käpt'n fängt an, hier schöne Striche zu zeichnen. Er darf dabei nicht aus dem Rahmen rausfallen, macht dann seine Initialen hier rein und gibt das Ganze dem nächsten Spieler weiter in seinem Team. Ist er natürlich nur alleine und übernimmt diese drei Posten, macht er einfach auch die nächsten Kästchen, die er sauber versucht anzumalen. Und umso schneller er malt, umso besser. Denn währenddessen sind die anderen natürlich dran und können ganz einfach ihre Schritte fortsetzen. Und erst wenn ich hier alles angemalt habe, dann gebe ich das dem ersten Offizier des gegnerischen Teams rüber. Der schaut kurz an. Sind die Striche alle okay? Nichts rausgemalt? Ja, passt. Und dann darf ich erst wieder weiterspielen. Ich wisch das mal kurz wieder weg. Also das ist das Auftauchen. Das Wichtige, was ich natürlich noch vergessen habe beim Auftauchen, ist es, dass der Käpt'n natürlich ansagen muss, in welchem Sektor man auftaucht. Das heißt, wenn der Käpt'n auftaucht, muss er sagen, wir tauchen in Sektor 4 auf und dann weiß der Feind, okay, es muss irgendwo hier sein. Der feindliche Funker schiebt sofort sein Gemälde in Richtung 4. Sektor und schaut, wo passt das, was ich gemalt habe bisher, in den 4. Sektor rein. Wo ist der Feind? Und da gehen wir dann eben gezielt auf die Suche. Also wir fassen nochmal kurz zusammen. In der rundenbasierten Variante ruft der Käpt'n, anstatt zu fahren in eine Richtung, auftauchen in Sektor 3. Und dann haben die gegnerischen Spieler drei extra Züge, die sie jetzt machen dürfen hintereinander, bevor das andere Team wieder dran ist. In der Echtzeit-Variante haben wir ja mehr Sektoren. Hier ruft auch der Käpt'n auftauchen in Sektor 6. Dann weiß das Team, aha, in diesem Sektor sind sie irgendwo aufgetaucht. Und dann müssen die Spieler von diesem aufgetauchten Boot hier diese Umrisse nachfahren, dem gegnerischen Maschinisten geben. Der prüft nach, passt das alles. Wenn das ja, passt, dann gibt es wieder ein Abtauchen. Und wir sind wieder unter Wasser. Und in beiden Fällen darf ich auf jeden Fall den Kurs, den ich bisher gefahren bin, komplett von meinem Plan runterlöschen. Das heißt, ich fange sozusagen hier wieder komplett von vorne an und habe wieder alle Möglichkeiten, mich zu bewegen. Das ist also das, was der Käpt'n machen kann. Er kann entweder sagen, wir fahren nach Norden, Süden, Westen, Osten. Oder wir tauchen auf. Und später dann auch die Möglichkeit, von diesem Tableau hier, von unserem ersten Offizier, eine extra Aktion zu fordern. Da kommen wir aber dann später dazu. Also, das war es mal. Der Käpt'n mit den Sachen, die er machen kann. Kommen wir nochmal zum Funker. Wie gesagt, die einzige Funktion des Funkers ist es, zu lokalisieren, wo das gegnerische U-Boot sein könnte. Er hört also dem anderen Spieler zu, der auf seinem Plan von mir aus, wir waren jetzt hier am Start, sind hier nach Norden gefahren. Dann habe ich gesagt, fahre ich nach Osten. Ich male hier einfach mal Osten mit ein. Dann fahre ich nochmal nach Osten. Dann sehe ich schon, okay, das passt da nicht mehr rein. Spiel ich das mal weiter rüber. Ich fahre also hier nach Osten. Und dann sagt der Gegnerische, ich fahre nach Norden. Dann sage ich, okay, er fährt nach Norden. Dann sagt er wieder, er fährt nach Norden. Dann sehe ich schon, aha, wenn ich nach Norden fahren würde, dann wäre ich jetzt hier in diesem Berg drin. Das kann also auch nicht sein. Also schiebe ich das mal woanders hin, wo es hinpassen könnte und zeichne von da eben weiter. Und irgendwann ist es eben so, dass ich kaum noch Chancen habe, was einzuzeichnen, wenn ich nicht schon sehr nah an dem Dram bin oder genau da drauf bin auf der Route, die der Gegner fährt. Also der Funker hört immer zu, was der gegnerische Käpt'n sagt, wo er hinfährt und zeichnet das auf dieser durchsichtigen Folie mit und schiebt ihn dann eben rum und schaut, wo könnte denn der Kerl hingefahren sein. Das würde das Ganze aber noch viel zu schwer machen. Deswegen gibt es da noch weitere Funktionen. Und diese ganzen Funktionen hat unser erster Offizier. So, jetzt kommen wir mal zu den anderen Bereichen des Schiffes. Den soll ja auch nicht langweilig sein. Und die machen immer Folgendes. Also, der Käpt'n sagt, wir fahren nach Norden. Und jetzt muss der Käpt'n in beiden Varianten abwarten, bis die beiden anderen Spieler hier ihre Sache getätigt haben. Der Spieler, der hier den ersten Offizier spielt, der hat hier so verschiedene Aktionen darauf. Er hat eine Mine, einen Torpedo, eine Suchdrohne, ein Sonar, die Schleiffahrt oder das Szenario. Und er hat jetzt die Verantwortung, Sachen anzumalen, wo er sagt, das würde ich ganz gern bald mal fertig haben. Sagt er zum Beispiel, ich will jetzt bald mal den Torpedo fertig haben. Dann malt er hier diese weißen Felder um den Torpedo an. Sagt er, ich will einen Sonar haben, dann malt er die weißen Felder um den Sonar an. Er spricht sich auch mit dem Käpt'n ab, was der Käpt'n denn eigentlich will. Denn alleine darf er es auch nicht entscheiden eigentlich. Er sagt halt, Käpt'n, ich würde gerne auf den Sonar sparen. Und dann weiß auch der Maschinist das, denn der hat hier auch noch eine wichtige Funktion. Und sagt der Käpt'n, okay, machen wir, spar mal auf den Sonar. Und jetzt, immer wenn der Käpt'n in eine Richtung gefahren ist, darf er hier ein Feld markieren. Gleichzeitig muss auch unser Maschinist tätig werden. Erst wenn beide etwas gemacht haben, also der erste Offizier etwas angemalt und der Maschinist etwas kaputt gemacht, darf der Käpt'n weiterfahren. So, was macht denn unser Maschinist so alles kaputt? Wir fahren ein sehr instabiles U-Boot und auch die Bereiche des U-Boots sind in West, Nord, Süd, Ost eingeteilt. Wenn jetzt unser Käpt'n sagt, ich fahre nach Norden, dann muss ich im Bereich des Nordens ein Gerät hier kaputt machen und durchstreichen. Das sind zum einen die Sachen, die unser erster Offizier hier als Aktionen drauf hat, wie jetzt hier drüben zum Beispiel die Schleichfahrt und das Szenario. Es sind also immer beide Sachen hier zusammengefasst. Rot bedeutet immer, beide hier sind betroffen. Grün bedeutet immer, beide hier sind betroffen. Und Gelb bedeutet immer, diese beiden sind betroffen. Und sobald ich eins angekreuzt habe, jetzt sage ich, ich fahre nach Norden, ich weiß, sie wollen den Sonar einsetzen, also streiche ich am besten mal das hier zum Beispiel durch und nicht gerade den Sonar, weil sobald ich eins davon abgekreuzt habe, könnten wir es nicht hernehmen, wenn es aufgefüllt ist, denn es ist kaputt. Man muss also sich absprechen und sagen, okay, wir wollen jetzt den Sonar haben und deswegen passt natürlich jetzt der Maschinist auf, nicht den Sonar abzustreichen, sondern erstmal die anderen Dinge. Das ist ganz wichtig. Und wenn jetzt der Erste Offizier hier was eingetragen und unser Maschinist etwas abgestrichen hat, dann sagen beide okay, okay und dann darf der Käpt'n erst weiterfahren. In der rundenbasierten Variante geht es dann erst zum anderen Team rüber, wenn das eingetragen ist und die machen ihren Zug. In der Echtzeitvariante wartet der Käpt'n immer nur drauf, bis die beiden etwas gemacht haben, fährt dann weiter, die beiden machen wieder etwas, er fährt weiter, die beiden machen wieder etwas. Nur darum geht es in der Echtzeitvariante, dass das einfach schnell läuft und die Spieler sich untereinander schon absprechen, was wollen sie benutzen, was machen sie. Schauen wir uns die Aktionen an, die hier so drauf sind, damit man auch weiß, was man natürlich gerne nutzt und was nicht ganz so wichtig ist. Und da fangen wir hier vorne einfach mal an mit der Mine. Habe ich also diese beiden Felder irgendwann mal voll, kann ich die Mine nutzen. Alles, bis auf die mittleren Sachen, kann nur der Käpt'n befehligen. Also der Maschinist sagt zum Beispiel jetzt nach dem dritten Ziehen, die Mine ist bereit. So, wenn der Käpt'n jetzt sagt, okay, ich will die Mine nutzen, dann muss er erstmal kurz drüben beim Maschinisten nachfragen, ist die Mine in Ordnung, kann ich die hernehmen oder ist die kaputt? Dann schaut der Maschinist, ist irgendwas Rotes durchgestrichen? Nein, ist nicht. Sagt, Mine geht klar, kann gemacht werden und dann sagt der Käpt'n Stopp. Und wenn er Stopp ruft, dann muss auch im Echtzeitspiel Pause sein. Dann wird also angehalten und dann kann man in Ruhe diese Aktion hier machen. Das heißt, das läuft nicht in Echtzeit, sondern eine Mine legen, ein Torpedo abfeuern, den Sonar benutzen und so weiter. Da kann man in Ruhe tätig werden. Da wird erstmal das Spiel angehalten und dann sagt der Käpt'n eben, wir möchten eine Mine legen. Wir dürfen sie legen, weil nichts kaputt ist und jetzt machen wir das auch. Ja, die Sachen, was man machen kann, sind hier in der Anleitung sauber beschrieben und die einzige Möglichkeit, um eben das gegnerische Schiff zu versenken, ist es natürlich, ihm Schaden zuzufügen. Oder es gibt noch eine Möglichkeit, und das ist, wenn der Reaktor kaputt geht. Das schauen wir uns nachher an, wenn wir uns den Maschinenraum nochmal genauer anschauen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Aktionen an und beginnen mit den beiden Sachen, mit denen man dem gegnerischen Schiff eben Schaden zufügen kann. Also, wir sagen hier, die Mine war voll. Käpt'n hat nachgefragt, Maschinenraum sagt, passt alles. Wir sagen Stopp, wir möchten eine Mine legen, das gegnerische Team wartet und ich darf jetzt eine Mine waagrecht, senkrecht oder diagonal neben meinem Boot, wo es momentan ist, ablegen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte ganz gerne hier drüben eine Mine hinlegen, dann mache ich hier ein M drauf und sage, da liegt jetzt eine Mine. Das wissen natürlich nur wir und nicht der Gegner. Und dann wird das Spiel wieder gestartet in Echtzeit und es geht weiter. Jetzt kann der Käpt'n jederzeit, außer wenn er aufgetaucht ist, sagen, Stopp, wir zünden die Mine. Das heißt, irgendwann im Spiel, wenn der Funker ihm signalisiert, du, ich glaube, das gegnerische Schiff ist auf der Mine oder ist neben der Mine, kann der Käpt'n sagen, Stopp, wir zünden die Mine und dann wird wieder kurz Pause gemacht und die Mine explodiert. Eine Mine oder auch ein Torpedo explodiert grundsätzlich immer so, dass er alle Felder, die hier außenrum liegen, alle neun Felder und das Feld selber eben, also alle neun Felder hier betrifft. Und je nachdem, wo das gegnerische Boot zum Zeitpunkt ist, gibt es Schaden. Steht das gegnerische Schiff genau auf dem Feld, wo die Mine liegt, dann gibt es zwei Schadenspunkte. Steht ein Feld daneben, egal ob senkrecht, waagerecht oder diagonal, gibt es einen Schaden. Ist es weiter weg, also hier irgendwo außenrum, ruft der gegnerische Käpt'n, kein Schaden und es geht weiter. Das ist also die Mine und das Gleiche kann man auch mit dem Torpedo machen. Der Torpedo hat nur den Unterschied, der fährt los und zwar vier Felder oder bis zu vier Felder und detoniert dann sofort. Der geht nicht diagonal, sondern nur waagerecht und senkrecht. Das heißt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, hier sind wir losgefahren und stehen jetzt hier, wir sind hier drüben, mit dem Torpedo fertig, also alle drei Sachen sind angemalt, der Käpt'n fragt nach, wie schaut es aus, kann man Torpedo abschießen, Maschinist sagt, ja, ist okay, kann los, dann schieße ich den Torpedo ab und der kann jetzt waagerecht oder senkrecht vier Schritte gehen. Also ich kann jetzt sagen, tack, tack, eins, zwei, drei, vier, ich würde gerne hier hinschießen und sage jetzt Torpedo auf G5. Und jetzt ist der Gegner wieder gefragt, habe ich ihn getroffen, ja oder nein? Direkter Treffer, zwei Punkte, indirekter Treffer, also außenrum steht er mit seinem Schiff, ein Treffer, noch weiter weg, kein Treffer, das muss der gegnerische Käpt'n eben auch ansagen. Was dabei noch passieren kann, ist, dass ich mit dem Torpedo nicht das Schiff treffe, sondern zufälligerweise eine gegnerische Mine, die da zufälligerweise liegt, da muss der Käpt'n sagen, okay, die ist jetzt weg und muss die bei sich rauslöschen. Ja, sobald ich einen Gegenstand eingesetzt habe, muss ich die ganzen Striche, die da drin waren, natürlich wieder rauslöschen auf Null und müsste wieder von vorne anfangen zu sammeln. Das heißt, sobald die Mine gelegt wurde, muss ich das leer machen. Sobald der Torpedo abgeschossen wurde, muss ich die auch wieder leer machen und erst wieder dreimal sammeln, um ihm wieder abzuschießen. Schauen wir uns hier die mittlere Reihe an. Das ist die einzige Reihe, die auch der erste Offizier selber befehligen kann. Und hier haben wir einmal die Suchdrohne, das heißt, wenn diese drei Felder voll sind, dann kann man sagen, wieder Stopp! Und dann fragt er, das gegnerische Team, seid ihr in Sektor 1, 2, 3 oder 4 oder in der Echtzeitvariante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Das gegnerische Team muss wahrheitsgemäß antworten, ja, wir sind in dem Sektor oder nein, sind wir nicht. In beiden Fällen wird auf jeden Fall hier wieder alles rausgelöscht und muss wieder neu gesammelt werden. Also, Suchdrohne heißt, der Käpt'n fragt das gegnerische Team, ob sie sich in dem und dem Sektor aufhalten und die müssen einfach wahrheitsgemäß antworten und dann kann auch wieder der Funker seine Sachen natürlich entsprechend in dieses System rein, buxieren in diesen Sektor und schauen, wo könnten sie denn genau sein. Der Sonar braucht nur zwei Felder, wenn der volle ist, auch wieder ein Stopp, wir nutzen den Sonar und jetzt muss der gegnerische Käpt'n zwei Sachen preisgeben, eine Sache muss dabei richtig sein und eine Sache muss dabei falsch sein. Er hat die Auswahl zwischen drei Dingen, die er preisgeben kann, er hat zum einen hier die Spalte A bis J, die Reihe 1 bis 10 und den Sektor. Wie gesagt, eins muss richtig sein, was er sagt und eins muss falsch sein. Jetzt sagen wir mal, das gegnerische U-Boot ist hier auf G8 im Sektor 4. Wir haben den Sonar genutzt und der gegnerische Käpt'n sagt es einfach, wir sind in Reihe 8, Sektor 3. Ja, er hat einmal die Wahrheit gesagt, sie sind in Zeile 8, aber sie sind nicht in Sektor 3, sondern in Sektor 4. Das heißt, jetzt muss man sich überlegen, okay, was ist richtig, was ist falsch, können die in Sektor 3 sein, können die in Reihe 8 sein und entsprechend dann verfahren. Also der Käpt'n beim Sonar muss eine falsche und eine richtige Angabe machen. Da muss er entweder eine Reihe, eine Spalte oder einen Sektor nehmen. Er darf nicht zweimal das Gleiche nehmen, also er kann nicht sagen, wir sind in Reihe B und F, sowas geht nicht. Also er muss schon zwei verschiedene Sachen nehmen, also einen Sektor, eine Reihe, eine Reihe, eine Spalte und so weiter und so fort, nicht zweimal das Gleiche. Und auch dann wird hier das wieder rausgewischt und muss wieder neu gesammelt werden. Ja, das waren also die beiden Funktionen, die der Käpt'n oder auch der erste Offizier nutzen und starten kann, um herauszufinden, wo in etwa sich die Gegner befinden. Gut, wir haben die Schleichfahrt. Die könnten wir momentan nicht nutzen, auch wenn wir jetzt hier alles voll gemalt hätten und dann fragt der Käpt'n, können wir die Schleichfahrt nutzen und dann sagt der Maschinist, nee, leider nicht, da ist ein Schaden drauf. Dann so, Mist. Also, normalerweise können wir es nicht nutzen, jetzt machen wir den Schaden mal schnell weg und jetzt können wir auch die Schleichfahrt nutzen und die funktioniert folgendermaßen. Bei einer Schleichfahrt darf der Käpt'n lautlos vier Felder fahren, das zählt aber dann wie eine Aktion, das heißt, wenn diese vier Felder gefahren ist, muss der Maschinist einen Defekt eintragen, er hier drüben muss eine Spalte markieren und die Schleichfahrt selber kommt dann natürlich weg. Gerade Linie heißt, wenn ich also jetzt von mir aus hier bin, gerade mit meinem Schiff, kann ich sagen, jetzt Schleichfahrt und sag hm, 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 da fahre ich jetzt rüber und das sage ich eben nicht laut an, sodass der gegnerische Funkrad nicht mitmalen kann und ich weiß, ich bin jetzt hier drüben und dem gegnerischen Funker fehlen jetzt einfach vier Schritte in irgendeine Richtung, wo er nicht weiß, wo es weiterging. Das eigene Team darf es natürlich sehen, wo ich ihn gemalt habe. Das hier wird wieder gelöscht, er muss einen Defekt eintragen, er muss eine Sache anmalen und dann ist die nächste Runde dran. Also das ist die Schleichfahrt, da kann man sich einfach mal kurz ein bisschen unauffällig aus dem Staub machen und was wir als letztes noch haben, ist natürlich hier das Szenario und dazu gibt es hier hinten auf der Rückseite eben die verschiedenen Szenarien, die man spielen kann und je nachdem, was hier eben die Sonderregeln sind zum Szenario, kommt eben dann diese Funktion zum Einsatz. Ja, das sind also die Sachen, die hier auf dem Tableau des ersten Offiziers drauf sind, mit denen der arbeiten muss. Er muss einfach immer, wenn der Käpt'n einmal in eine Richtung gefahren ist, ein beliebiges weißes Feld hier anmalen, vielleicht vorher auch absprechen, was wir gerne nutzen wollen, damit auch der Maschinist weiß, was er vielleicht nicht kaputt macht. Aber jetzt kommen wir zum Maschinisten, denn sein Problem ist natürlich, er muss pro Feld, dass der Käpt'n fährt, ein System defekt setzen. Jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist es so, wenn der Käpt'n eben sagt, wir sind jetzt hier und ich fahre nach Norden, dann muss ich im Bereich Norden ein System kaputt machen. Mache ich einfach ein X rein. Dann fährt der Käpt'n wieder nach Norden. Ich muss wieder im Bereich Norden ein System kaputt machen. Und ich kann dem Käpt'n aber auch jederzeit mal sagen, du hör bitte mal auf, nach Norden zu fahren, ansonsten haben wir jetzt gleich keine Torpedos mehr oder wir können den Sonar nicht einsetzen oder sonstiges oder der Reaktor fliegt in die Luft. Bitte hör auf, nach Norden zu fahren und da muss der Käpt'n halt schauen, dass er vielleicht auch mal woanders hinfährt. Zum Beispiel, okay, dann fahren wir jetzt nach Osten und da muss ich hier halt im Bereich Osten etwas durchstreichen. Ich muss aber auch grundsätzlich schauen, was ich durchstreiche, denn die Systeme sind untereinander verbunden. Hier habe ich zum Beispiel jetzt hier diese vier auf der blauen Linie, ich habe hier diese vier auf der orangen Linie und die vier auf der grauen Linie. Die sind miteinander verbunden und wenn ich die vier Systeme kaputt mache, dann reparieren die sich automatisch von selber. Das heißt, ich muss also schauen, am besten, dass ich auch gucke, dass ich die Systeme gleichmäßig kaputt mache. Das heißt, habe ich jetzt schon das hier kaputt und das hier kaputt und habe das hier kaputt, dann sage ich dem Käpt'n auch ruhig mal, du fahr bitte einmal nach Norden, dann sind die Systeme da hinten wieder repariert. Dann sagt der Käpt'n, okay, wir fahren nach Norden, dann kann ich das hier ankreuzen und dann sind alle vier in dieser orangen Linie kaputt und dadurch wird der Selbstheilungsmechanismus hier aktiviert und ich darf die vier reparieren. Jetzt kommen wir mal zum Schaden, was so ein Boot nimmt. Schaden nimmt das Boot entweder durch den direkten Beschuss mit einer Mine, mit einem Torpedo oder dadurch, dass ich den Reaktor zerstöre. Der Reaktor ist kaputt, wenn ich alle sechs von diesen Reaktorfeldern angekreuzt habe. Habe ich fünf Reaktorfelder angekreuzt, passiert überhaupt nichts, alles kein Problem. Kreuze ich das sechste an, muss ich ausrufen, Schaden, der erste Offizier muss hier eins von diesen vier Feldern ankreuzen und dafür darf ich danach allen Schaden wieder von meinem Plan runterlöschen. Also nicht nur die Reaktoren, sondern alles, was angemalt ist. Ich kann komplett wieder alles sauber machen. Also wenn die sechs Reaktoren kaputt sind, kriege ich einen Schaden, darf aber hier wieder komplett alles löschen. Gleiches passiert, wenn ein kompletter Sektor angekreuzt ist. Also wenn alles hier im Bereich des Nordens angekreuzt ist, auch dann muss ich sagen, Schaden, erster Offizier macht wieder ein Kreuz und auch dann darf ich wieder allen Schaden von dem kompletten Tableau runterlöschen. Also Schaden gibt's, wenn alle sechs Reaktoren kaputt sind, Schaden gibt's, wenn ein kompletter Bereich komplett angekreuzt ist oder wenn eine Mine explodiert oder ein Torpedo, eben unter mir direkt zwei Schaden im angrenzenden Feld, einen Schaden, da wird eben hier gekreuzt. Sobald ein Boot übrigens vier Schaden erlitten hat, ist das Boot kaputt und das gegnerische Team hat natürlich dann das Spiel gewonnen. Das war sie, meine Spielevorstellung von Captain Sona aus dem Pegasus Spieleverlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's es gut, euer Michael. Bis dahin wünsche ich euch. 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 Bis dahin wünsche ich euch.